Hallo! Heute gibt es nur eine kurze Folge Seltswelten für zu Hause, denn wir stecken noch mitten in den Vorbereitungen für unsere neue Sonderausstellung K.G. Schmidt und John Kuhn, eine Bad Sessendorfer Künstlerfreundschaft. Links und rechts von mir seht ihr bereits einige Werke, die dann in der Ausstellung zu sehen sein werden und morgen Abend findet dann endlich die Eröffnung statt und zwar um 18 Uhr digital in unseren sozialen Medien. Geht einfach bei uns auf die Hauptpage, auf unseren YouTube-Kanal oder auf Facebook und seid dabei. Wir freuen uns auf euch!